Warte mal, warum sagt der, er ist Industriegefahren? Unser Planet, dass er genau in der richtigen Situation ist, dass sie überhaupt geboren werden, da stehen die Chancen von 1 zu 1 Trillion und sie wollen ihr Leben einfach so wegschmeißen, tun sie das nicht. Dein Geschenk, sie können viel mehr erreichen, als diesen Bordstein zu küssen. Es gibt immer Ups und Downs, aber das braucht man nicht sofort vom Haus springen. Ich sag's Ihnen, es wird wieder hochgehen, es wird wieder besser. Was ist das? Keine Ahnung, der Stantium noch wollte springen, wir versuchen ihn wieder auch schon runter. Das Leben hat immer einen Sinn, ihr müsst euch einfach schicken. Leute, was muss ich? Nein Leute, ich kann nicht mehr, ich hab keinen Bock mehr. Leute, jalla, jalla, ich sag euch ehrlich, Jungs, haut rein, Jungs! Jungs, 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 Jungs. Jungs, 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 Jungs! Denke, habt ihr das Timing gesehen? Ich denk die ganze Zeit, wer labert denn da? Sind die im Funk oder so? Hey, die haben doch gar keinen Funk. Wer labert mich hier dicht? Da kommen irgendwelche Würfelparkopfer. Ich panne euch alle weg. Spinnt ihr oder so? Oh!